Weißtechnik ist der bedeutendste Hersteller von Umweltsimulationsanlagen. Mit unserem Prüfsystem werden in nahezu allen Bereichen der Industrie, Forschung und Entwicklung Produkte auf Umwelteinflüsse getestet. Mit unserem breiten Produktportfolio und unserem leistungsstarken Service sind wir der ideale Partner für unsere Kunden. Die Weißtechnik gibt es seit 1956, also seit über 60 Jahren. In den letzten 30 Jahren haben wir unseren Service und unser Produktportfolio ständig weiterentwickelt. Alleine heute beschäftigen wir knapp 300 Mitarbeiter in der Serviceabteilung. Früher hatte jeder unserer 20 Servicedisponenten eine Stecktafel mit den für ihn zugeteilten Servicetechnikern. Der Serviceauftrag wurde auf einem DIN A4-Blatt ausgedruckt, gefaltet und an die entsprechende Stelle gesteckt. Und darin bestand der Nachteil, dass man alle Ressourcen nicht direkt auf einen Blick hatte. Und auch gebietsübergreifend konnten wir dann die Servicetechniker nur erschwert nach Rücksprache dann vermitteln. Das Wichtigste für Weißtechnik war einheitliche Prozesse, transparente Prozesse über die komplette Organisation der Weißtechnik zu haben. Des Weiteren war es wichtig für uns, die Serviceeinsätze digital zu planen und die unterstützenden Workflows zu nutzen. Das SAP Field Service Management ermöglicht uns heute alleine in Deutschland über 200 Servicetechniker gezielt zu koordinieren. Vorher war alles relativ umständlich. Es musste alles ausgedruckt werden, in doppelter Form, vom Kunden unterschrieben und einem Exemplar zurück ins Werk geschickt werden. Dies erfolgte mit der Wochenpost einmal freitags. Heute wird alles nach Abschluss des Auftrages online ins Büro gesendet. Das geht innerhalb von Minuten. Der Vorteil liegt darin, dass wir alle Ressourcen direkt auf einen Blick haben und dann gleich dem Kunden den besten Servicetechniker bezüglich der Verfügbarkeit, der kürzeren Fahrleistung und der Qualifikation zuweisen können. Persönliche Servicemomente hatte ich eigentlich zwei. Der erste, als ich von meinem Arbeitsplatz aus die komplette Außendienstmannschaft monitoren konnte und der zweite, als ich die Landkarte sah mit den aktuellen Positionen unserer Servicetechniker hier in Deutschland. Serviceteinsätze, Aktivitäten, Komponenten und Fehlercodes und vor allem die Historie der Prüfanlage stehen dem Innendienst und dem Serviceaußendienst zur Verfügung. Das Frontend ist außerdem konfigurierbar und ganz wichtig für unseren Außendienst ist die Offline-Verfügbarkeit. Und genau das hat uns an der SAP Field Service Management Lösung überzeugt.